Es ist so viel verlangt, so ein Turtle. So, hier wären wir wieder. Wir sind zu Hause. Irgendwie. So, hier, warte mal, das können wir doch vollpacken, oder? Wir haben noch ein paar Rocks. Hä? So, und noch mehr Rocks. So, hier, Rocks haben wir hier gelagert. Alles ist gut. Gut, ähm, was wollten wir machen? Was fressen könnten wir? Oh, je, je, je. Und schon geht's mir wieder Picobello. Nachdem ich ein bisschen was gefressen hab. Wenn wir einen Tennisball, hier würde ich den Leuten am liebsten so ins Gesicht werfen. Das hätten die manchmal echt verdient. Wieso können wir nicht einfach mit den Freunden sein? Hä? Ganz einfach befreundet. Echt, warte mal. Dafür brauchen wir doch die Sticks, oder nicht? Verdammt! Ich würde sagen, komm, wir bauen noch einfach irgendwas, weil wir haben einfach genug Sticks da. Ist doch überhaupt gar kein Problem. Alles ist cool, so. Bauen wir hier das Ding fertig. Und ob das irgendwas bringt, das sehen wir noch. Ich glaube irgendwie nicht, dass das irgendwie was bringen wird. Aber wir werden ja sehen. Vielleicht, wenn wir mal weiter weg sind oder so und zurückkommen, dann eventuell kann da einfach so ein Tier drin sein. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß? Weiß man halt nicht. Naja. Ne Turtle finden wir wohl jetzt erstmal gerade nicht. Schade eigentlich. Wir haben da letztes Mal, wo wir als allererstes angefangen haben, da haben wir ja direkt eine Turtle gesehen. Und ja. Die war direkt, sag ich mal, am Spawn und hier sind wir keine Turtles. Weiß nicht. Vielleicht bin ich auch schon an irgendwelchen vorbeigelaufen oder so. Bin mir nicht sicher. Aber, ich denke mal nicht. Ich meine, die sind halt auch nicht so easy, wie sie erkennbar. Wieso weiß ich niemals mehr, wo ich gerade einen Baum kaputt gemacht habe? Hier war das. Wunderbar. Perfekt. Haben wir mal, wo ist eigentlich mein Lockwagen? Ich hab doch hier mal so einen Wagen hingestellt. Der war doch zum Schieben da von Loks. Wo ist der eigentlich? Haben die irgendwann mal nachts meinen Wagen geklaut und mich in Ruhe gelassen oder was? Ich hoffe, die klauen mir mal nachts nicht einfach mal meine Steine oder so. Ist ja richtig gemein. Sollen sich ihre eigenen Steine sammeln hier? Nicht von mir klauen. Ja. Nichtsdestotrotz. Erstmal wieder Bäume fällen. Wir brauchen Loks. Ganz viele. Aber wenn wir unser Haus gebaut haben, ich denke mal, dann bin ich bereit, zu denen zu gehen. Zu den Leuten. Und einfach mal im Untergrund nachzuschauen, was es da so Schönes gibt. Pfeile wären natürlich auch nicht schlecht. Können wir die von Weitem einfach mal ballern. Ich frage mich, ob wir auch einfach nur eine stärkere Nahkampfwaffe holen können. Das wäre auch schon mal nicht schlecht, einfach so ein bisschen stärker zu sein im Nahkampf. Einfach nur so hopp, bäm und dann tschüss, haut rein. Ist sowieso komisch, dass die so viel aushalten, diese komischen Leute. Ich meine, das sind ja irgendwie im Prinzip nur, sagen wir mal, in Klammern, Gänsefüßchen, ganz normale Menschen. Außer manche, die haben da einfach mal so eine Million Arme und so. Aber, gehen wir mal davon aus, die haben so eine ganz normale Anatomie wie die Menschen. Dann denke ich mir, god damn, wieso halten die so viele Schläge aus? Mann. Also die müssen dann mindestens mal verletzt sein und sich denken, wie kann ich das mehr machen, ich muss auf dem Boden liegen und verbluten. Wenigstens das, aber nein. Die rennen dir so lange hinterher und klatschen dich kaputt, bis du tot bist einfach. Oder bis die tot sind. Bis die denken, okay, das ist mein Last Hit, good night. Jetzt stehe ich gar nicht mehr auf. Aber mal Snacks und so collecten, das ist alles gar kein Problem hier. So, mach kaputt. Yes, Plastiktorch, yeah. So, ähm. Ich habe das Gefühl, die Bäume kommen gar nicht wieder. Ich habe das Gefühl, wir haben hier schon, äh, ordentlich Bäume gefällt. Und ich glaube, die kommen nicht mal richtig, was ist das da? Guck mal, nicht mal richtig wieder. Okay, das ist einfach nur ein Busch. Okay, sah aber irgendwie verdächtig aus hier, die Stelle. Na ja, wie auch immer, dann machen wir uns halt hier irgendwie Platz. Ich möchte aber auch irgendwie noch ein paar Bäume haben, hier um mich herum. Ich möchte jetzt nicht irgendwie alle ins Nirvana schicken, die ganzen Bäume. Das wäre so, ja, echt schade. Aua, ich brenne hier immer noch. Wieso brenne ich noch? Auf damit. Ja. Ich würde mal sagen, gleich fällt wieder der Baum. Ich habe keine Kraft mehr. Scheiße. Dann trinken wir ein bisschen. Gar keine Soda mehr? Wieso finden wir denn keine Sodas in irgendwelchen Teilen halt? Verstehe ich jetzt nicht. Okay. Das macht mir jetzt gerade ein bisschen Angst, muss ich sagen. Dass ich keinen Soda finde. Also nichts zu saufen. Ja, nicht cool. Gar nicht cool. Hier ein Stein. Wie. Was ist das da vorne? Also irgendwie so ein Teil vom Dings. Irgendein Teil vom Flugzeug. Ja. So. Hier könnte ich wieder was fressen, wenn ich Bock hätte. No, 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 no. Dann geht es mir direkt wieder super gut. Wieso fresse ich eigentlich dann irgendwie Zeugs aus meinem Inventar, wenn ich das nicht einfach hier mache. Also wenn ich das einfach hier machen kann. Also C. Ich würde das eigentlich hier dranhängen. Ja. Habe ich schon gemacht. Nochmal so ein Raw Lizard. Nochmal dran setzen. Fertig. Lizard Skin. Das haben wir auch noch. Stealth Armor. Dann sehen die mich schlechter, oder was? Mit was muss ich das denn kombinen? Ich kann ja nicht noch so ein Ding entpacken. Nö. Danach ist Finito, wenn ich das mache. Closes vielleicht? Nö. Vielleicht aber einfach nur Robes. 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 Macht keinen Sinn. Stealth Armor. Boah. Hm. Mit was könnte man das denn eventuell kombinen? Mit ein Stückchen nicht. Mit ein Leafs auch nicht. Äh. Zähne würde ich auch mal sagen. Das ist nicht so viel wert. Ja, ne? Also so langsam denke ich mir dann auch so ein... What the fuck? Aber das hier Water Skin, das würde ich immer noch mal machen. Da brauche ich aber hier so ein paar Dings dafür. Tierchen. Ein paar Bambis brauche ich dafür. Can't care more sticks, würde ich sagen, ne? So sieht's so aus, ne? So. Irgendwas Nettes hier zum Bauen. Ist da gerade... Dieser Sitz hier. Dieses Ding hier. Dieses... Dieses... Dieses da... Das hat sich doch gerade bewegt. Leckt mich am Arsch. Wieso bewegst du dich? Tu mir sowas nicht an. Hm. Könnt ihr mal... Was anderes versuchen, oder? Stickholder? Doch, Stickholder ist nicht schlecht. Stickholder ist auch etwas, was ich... Gut gebrauchen könnte. Weil wir haben ja jetzt gerade Sticks. Und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Und ja. Hier können wir einfach Sticks reinpacken, wenn wir Bock haben. Na, wunderbar. Finde ich's gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Hab ich gesagt. Aber wer weiß. Vielleicht wird aus diesen kleinen Stöckchen eigentlich, die hier immer wieder nachwachsen, auch irgendwann mal ein Baum. Vielleicht. Also deswegen kann ich es nicht genau vor Schuh sagen, ob die Bäume nicht mehr... Ob die wiederkommen oder nicht. Leckt mich. Na, wir haben es auf jeden Fall jetzt gleich wieder Nacht. Es wird nämlich wieder arschdunkel. Das ist ein kleines Problem. Oder ein mehr oder weniger Problem. Keine Ahnung. Wenn wir gleich einfach wieder schlafen können und uns nichts passiert, dann ist ja alles in Ordnung. Aber wenn dem nicht so ist, dann haben wir vielleicht ein Problem. Dann wird das wieder eine anstrengende Nacht. Ich denke mal, wenn wir immer genug Licht machen und so, dann passt das eigentlich. Können wir uns gemütlich schlafen legen. So. Gib mir mal ein paar von den Baumstämmen. Lass uns die einfach mal hier dran packen. Very good. Very, very good. So, hier sind noch ein paar Baumstämmchen. Und hier noch einer. Super, dude. Super, gut. Super, gut. So. Echt, 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 echt immer schade. Eher wir uns versehen, es ist immer Nacht hier im Spiel. Hä? Oh, so viele Sixer konnten wir wieder down packen. Ist doch wunderbar. So, es wird hier echt wieder rasend schnell dunkel. Es muss jetzt wieder hier. Aua, jetzt brenne ich schon wieder, richtig? Ja. Ach, nee. Jetzt regnet es gleich wahrscheinlich auch noch, ne? Ja, natürlich. Komm, hier. Zünd an. Sehr gut. Du auch noch hier. Komm. Na, super. Na, super. Wie gesagt, und auch hier, ne? Alter. Geht das hier aus? Vom Regen? Mach keinen Scheiß jetzt. Mach keinen Scheiß jetzt. Ich glaub, die Teile gehen vom Regen aus. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Ich schlaf jetzt. Also, ich spreche jetzt erstmal. und danach gehe ich schlafen. Vielleicht. Ach du Scheiße. Hier laufen welche rum. Einer läuft einfach gegen dieses Ding da durch den, durch den, durch den, gegen den Flügel und der andere, der, weiß nicht, chillt. Also, bei Regen nicht cool. Bei Regen ist nicht cool hier. M-m. Könnt ihr euch nicht einfach verpieseln? Was ist das da oben? Hä? I don't know what it is. Aber scheißegal. Ich mach mal Licht an. Hallo. Hi. Hier, zünd mal an. Hier, zünd auch mal an. Jetzt hast du mich bestimmt gesehen da hinten, ne, Dude? Du hast mich bestimmt gesehen. Eieiei, ich hab dich auch jetzt gut gesehen. Oh oh. Waaah! Nein! Geh weg von mir! On guard! Ui! Wo bist du? Ich mach keinen Scheiß. Verpiss dich. Hilfe. Ich sterbe. Hier. Hier. Oberhäuptling. Hier. Mister. Ich bin so mega geil. Ich töte dich. Ich töte dich. Ich hab dich getötet. I can't see shit, man. Aua. Medics. Schnell Medics. Schnell Medics. Ei, ei, ei. Komm mal ran. So. Wer will Beef hier mit mir? Hä? Wer will mit mir Beef? Ich geb euch. So. Hier war irgendwo so eine Biatsch. Wo ist die hin? Verdammte Scheiße. Es wird, glaube ich, gleich wieder hell draußen. Das verraten mir, glaube ich, schon die Vögel. Was ist mit dem jetzt eigentlich kaputt da hinten? Hey. Was ist mit euch kaputt? Könnt ihr mir das mal sagen? Aua. Ja. Ich weiß. Ich brauche ein bisschen Medizin gerade wieder. Mann. Ich brauche eine schönere Feuerquelle. Einer, die Regen standhält, Mann. Mann. Guck mal, das Ding, das hilft mir ein bisschen, glaube ich. Was rennst du gegen mein Haus? Mach dich bloß vom Acker, mein Freund. Ich fühle mich echt kacke. Muss ich wirklich sagen. Ich fühle mich hier echt kacke. Bei Regen fühle ich mich hier überhaupt nicht sicher im Wald. Ich kriege hier Angst. Ich kriege hier Panik. Ich kriege hier alles. Wächst hier auch mal irgendwas drin? Das ist meine große Frage. Wächst hier überhaupt mal irgendwas? So. Ich denke mal, wir haben die Nacht irgendwie überstanden. Oder es ist einfach nur Vollmond oder so. Und deswegen ist es so hell. Aber sei es drum. Ich fühle mich dadurch auch tausend mal besser. Wie jetzt? Ist da gerade was kaputt gegangen und ich musste es reparieren? Oder was war das gerade? Hm. Wir müssen uns auf jeden Fall mal was ausdenken, was jetzt hier Kälte und so angeht. Finde ich nämlich nicht mehr lustig. Äh, äh. Bei Regen ist es nämlich hier alles total die Kacke. School Lamp. Wenn ich hier School Lamp mache, dann brennt die, glaube ich, auch besser. Also auch noch bei... Äh! Verpiss dich! Mach dich vom Acker, Biatsch! Bitch! Bitch! Let me eat something. Oh, geil. Essen. Was willst du, hä? Kannst du mir mal sagen, was du willst? Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich, habe ich gesagt! Genau so! Verpiss dich! Schön! Mach dich vom Acker! Ja, spendet mir das eigentlich auch ein bisschen Wärme, dieses Ding hier, oder eher so... Mäh, ne, eher weniger. Was, sagst du mir? Ne, Mann. Ist arschkalt gerade. So, ich fühle mich aber hier dann direkt besser, oder? Ach, komm, was sagt die Temperatur? Ah, ja, ja. Sogar ein bisschen zu viel. Lass du Fieber? Ist ja nicht mehr lustig hier. So. Alles cool hier? Ja, alles cool hier. Nein, nichts ist cool. Ich habe ein bisschen hier Leben verloren. So, ich schlafe hier jetzt. So, gute Nacht. Hab gespeichert. Alles ist cool. Jetzt schlafe ich hier. Zeit zum... Zeit zum Pennen. Endshaft jetzt. Boah, du willst echt... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du von mir willst, ne? Aber... Du gehst jetzt zu sterben, Mann. Geht mir so oft... Du lebst noch? Wie kannst du noch leben? Ich sehe dich nicht mal mehr. Ich sehe nur noch so... So dunkel. Hallo, Feuerzeug? Jetzt ist sie, glaube ich, definitiv tot. Hoffe ich zumindest. Geil! Ich kann das einfach als Waffe nehmen? Ein Stock? Wo kommst du denn her? Jo, Hauszug hat mein Haus. Bitch. Oh oh. Bitch, out mich gleich. Brennen! Oh! Okay. Hä, 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 hä. Äh, ja. Whatever. Ich will auch leben. Knappe Sache. Hier, kannst du mal im Bett schlafen. Viel Spaß. Ich glaube, ich brauche mich auch nicht mehr schlafen legen. Das lohnt sich eh nicht mehr. Hier sieht so... Alles... Hier sieht alles so offen aus. Irgendwie auf einmal. So, ob ich hier wirklich so alles weggeholzt hätte, was nur möglich ist. Was haben die jetzt eigentlich mit meinem Haus wieder gemacht? Die haben uns schon wieder gegengeschlagen. Aber irgendwas Besonderes passiert ist jetzt nicht wirklich. Irgendwie. Naja. Was? Ich hoffe, mich will niemand hier stören. Bei meiner nächtlichen Arbeit, meine ich, hä? Ich will hier nur Bäume fällen. Alles klar? Und ich möchte nicht, dass mich irgendjemand dabei stört. Oh man. Der Baum braucht echt lange hier. So. Wunderbar. La 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 la. Bauen wir unser Haus einfach mal weiter. Eher, weniger. Ich will schlafen. Ich lasse mich schlafen. Aber richtig schlafen. So, dass es Tag ist. Ah, ja, ja. Es ist Tag. Ich glaube es ja nicht. So. Wieso mussten die mich diese Nacht wieder belästigen? Finde ich nicht fair. Ich muss auch erstmal wirklich einen Schädel gleich noch finden. Kann ich nicht einfach einen Schädel von den Leichen benutzen oder so? Wäre schon cool. Was soll ich mit der Leiche hier? Was soll ich mit dir machen? Nach deiner Meinung nach. Deiner Meinung nach. Was soll ich mit dir machen? Hier haben wir nochmal diesen anderen Freak. No, ich... Vielen Dank.